Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Heute in der News-Übersicht gibt es einige Updates zu unseren Spielern und auch zu möglichen Transfers, denn der Deal mit Tim Skarke könnte noch platzen, es gibt dort eine feste Deadline. Zudem möchte Simon Terodde gerne seinen Vertrag verlängern, ob das möglich ist, sprechen wir natürlich auch drüber. Und Rodrigo Salazar trainiert wieder mit dem Ball. Kann er vielleicht sogar zum Rückgrundstart gegen Frankfurt im Kader sein? All das und viel mehr heute bei den aktuellen Schalke News. Legen wir los mit unserer Nummer 9 mit Simon Terodde, dessen Vertrag ja am Saisonende ausläuft. Natürlich hat er nicht die überragende Quote an Toren wie noch in der 2. Liga, aber ich denke mal, das hat von ihm auch keiner erwartet. Zudem hat man meiner Meinung nach auch gesehen, dass es nicht zwingend nur an ihm selber liegt, dass er bislang wenig Tore geschossen hat, sondern vor allen Dingen an der Vorarbeit oder eben der nicht vorhandenen Vorarbeit seiner Kollegen. Vielleicht wird sich ja daran in der Rückrunde ein bisschen was verändern. Und je nachdem, wie es eben auch dort läuft, je nachdem in welcher Liga man spielt, könnte es natürlich auch sehr, sehr gut sein, dass Simon Terodde einen neuen Vertrag angeboten bekommt. Er selber hätte auf jeden Fall nichts dagegen und fühlt sich bei uns pudelwohl, hat nochmal in unserem Verein wirklich eine echte Liebe entwickelt. Schalke ist ein geiler Verein und da ist richtig was zusammengewachsen. Gerade bei mir auch emotional. Ich merke eine riesen Wertschätzung von den Fans, aber auch von den Verantwortlichen, von dem Trainerteam. Und klar wäre es mein Wunsch, aber man muss auch berücksichtigen, der Verein kann wenig planen, ob 1. Liga oder 2. Liga, sagt er nämlich angesprochen auf einen möglichen neuen Vertrag. Deswegen steht das natürlich erstmal nicht an, aber wenn ich es mir aussuchen würde, könnten wir uns nächstes Jahr wieder hier treffen. Das würde dann heißen, dass ich noch hier spiele und klar ist das ein Ziel von mir. Und ich denke mal, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema, denn unsere Stümmer-Position hat ja aktuell mit Simon Terodde und Sebastian Polter zwei typische Neuner zur Verfügung, wenn man so möchte. Und Polter hat ja noch einen relativ langen Vertrag über den Sommer hinaus. Und da ist halt, denke ich, erstmal grundsätzlich die Frage, wie man auf dieser Position plant. Aber es hängt sicherlich auch sehr, sehr stark davon ab, in welcher Liga man spielt. Denn sollte man absteigen, wird sicherlich Marvin Pieringer als Rückkehrer eine gute Rolle spielen sollen. Ich denke mal schon, dass man ihm dann eine Chance geben möchte. Aber natürlich weiß man auch, was man an Simon Terodde in der zweiten Liga hat. Aber selbst bei einem Klassenerhalt, finde ich, sollte man Simon Terodde an Bord behalten. Denn er ist einfach ein Striker, er ist ein Abschlussstürmer, er ist eiskalt im Strafraum. Wenn er eben dann auch wirklich mal die Vorlagen bekommt, dann wird er auch seine Buden machen. Und er ist vom Typ einfach jemand, der überragend gut zu unserem Verein passt. Deswegen würde ich mich sehr darüber freuen, wenn wir hier den Vertrag auch verlängern würden. Reden wir nun mal über Justin Hegeren. Denn für den gab es heute eine Schrecksekunde im Training. Und das sah alles andere als gut aus. Denn heute hat man es mal bei der ersten Einheit am Morgen etwas lockerer angehen lassen. Nachdem es ja zuletzt wirklich viel hartes Training gab unter Thomas Reis, war heute mal das Motto Jung gegen Alt. Denn bei einem kleinen Feldspiel traten unsere jungen Spieler gegen die etwas älteren Spieler an. Es war einfach ein bisschen natürlich auch zum Spaß. Und später gab es dann auch nochmal ein Kopfballwettkampf in dieser Konstellation. Aber eben da war dann auch ein kleines Problem mit dabei. Aber interessant war auch generell, dass es durch einen Wetteinsatz von 25 Euro pro Person nochmal ein bisschen brisanter wurde. Sprich, für das Gewinnerteam ging es hier um ein nettes Taschengeld. Durchgesetzt haben sich hier übrigens dann auch die Routiniers. Und ich denke, weil sowas ist auch sehr, sehr gut fürs Teambuilden, um einfach auch ein bisschen Spaß beim Trainingslager zu haben. Neben dem sehr, sehr vielen harten Training. Aber trotzdem wurde dann über die Einheit überschattet durch die erste Verletzung während des Trainingslagers. Denn Justin Hegeren hat sich am Knie verletzt. Das Knie möglicherweise verdreht, während er nämlich als Feldspieler auch noch ausgeholfen hat. Also das wäre natürlich schon eine sehr, sehr bittere Geschichte, wenn daraus jetzt auf jeden Fall richtig was passieren sollte, was sein Knie angeht. Es war auch wirklich komplett ohne Fremdanwirkung. Er ging sofort zu Boden, stöhnte laut vor Schmerzen. Und dann musste er auch vom Feld getragen werden. Und natürlich ist auch klar, wenn man allein schon das Wort Knie hört, Knie verdreht und so, dann hat man schon ein bisschen Angst und Respekt vor der ganzen Geschichte. Die Diagnose, besser gesagt die genaue Diagnose, die steht noch aus. Aber ich wollte euch diese Story schon mal ganz gerne mitteilen, damit ihr auch wisst, was bei uns im Trainingslager Sache ist. Und ich hoffe mal und ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, dass sich Justin Hegeren hier bei einem bisschen Spaß für die gesamte Mannschaft nicht schwerer verletzt hat. Bleiben wir bei den Verletzungen und sprechen über Rodrigo Salazar. Denn da ist die Frage, ist unser Zehner bald wieder fit? Denn Rodrigo Salazar hat ja nicht am Trainingslager in Belek teilgenommen. Ist ja bei uns auf Schalke in Gelsenkirchen geblieben und dort gab es nun auf unseren Social Media Kanälen ein Video, wo man ihn mit Ball am Fuß gesehen hat. Und dieses Video macht auch einigen Fans Hoffnung. Denn Salazar war im Trainingsanzug auf dem Trainingsplatz zu sehen und hat dort erste Übungen mit dem Ball absolviert. Welcome back, haben wir dann unsere Schalker Medienverantwortlichen oder was auch immer zu dem Post geschrieben. Und Salazar kommentiert ja selber back soon. Sprich, er sagt für sich selber, dass er eben bald zurück ist. Die Frage ist halt nur, wie schnell ist er denn zurück? Denn natürlich hatten jetzt dadurch viele Fans auch die Hoffnung bekommen, dass er vielleicht schon zum Rückrunden start. Ist ja noch die Hinrunde, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Gegen Eintracht Frankfurt wieder im Kader steht. Vielleicht auch nur für so ein paar Minuten. Aber Stand jetzt ist ein Einsatz gegen Eintracht Frankfurt auszuschließen, berichtet die WATS. Und ich denke mal, das ist auch logisch und da darf man jetzt auch nicht was Falsches erwarten. Denn so ein Mittelfußbruch ist sicherlich extrem schmerzhaft. Ist ja damals gegen den FC Augsburg passiert. Und da muss man auch einfach ein bisschen geduldig bleiben. Weil es bringt ja auch nichts, wenn man an Rodrigo Salazar zum Beispiel gegen Frankfurt für fünf Minuten bringt. Und da merkt er, es ist noch nicht gut. Und er fällt dann doch wieder drei Wochen länger aus, weil man ihn zu früh gebracht hat. Also ich denke mal, hier wird man auch ein bisschen Geduld haben mit Rodrigo Salazar. Aber es ist natürlich schon mal ein sehr, sehr positiver Anfang, dass er zumindest wieder ein paar Übungen mit dem Ball machen kann. Viel mehr ist es aber aktuell auch noch nicht. Fabian Rehse, kennen ja möglicherweise viele von euch noch, stammt ja bei uns aus der Knappenschmiede. Und Schalke wollte ihn wohl nun auch gerne zurückholen. Denn der flexible Offensivspieler ist ja ablösefrei gehaben zu gewesen für den Sommer. Ob das jetzt richtig ist, Deutsch war es einmal hingestellt. Aber auch da wisst ihr sicherlich, was ich meine. Denn Fabian Rehse spielt bei Holstein Kiel, spielt eine sehr, sehr starke Saison, hat sich dort gut entwickelt seit seinem Wechsel von uns. Und ist eben jemand, der natürlich auf dem Markt unglaublich interessant ist. Denn sein Vertrag in Kiel läuft im Sommer aus. Mittlerweile ist aber auch klar, wo sein Weg hinführt. Er wechselt ja in die Bundesliga zu Hertha BSC. Und das eben ablösefrei. Hat sich auch vor allen Dingen für die Berliner entschieden aufgrund des Trainers Sandro Schwarz und seine Spielidee. Aber es gab einige Interessenten, auch aus der Bundesliga, zum Beispiel Augsburg, Köln oder Wolfsburg. Und auch Schalke gehörte wohl zu den Interessenten für Fabian Rehse. Für mich auf jeden Fall durchaus interessant. Meiner Meinung nach ein Spielertyp, der ganz gut zu uns gepasst hätte. Auch zum Fußball von Thomas Reis. Ist ja ein unglaublich schneller Spieler. Hat eine enorme Geschwindigkeit, einen enormen Einsatzwillen. Mittlerweile auch gut, was die Scorer-Werte angeht. Schon ein bisschen schade, dass einem so einer durch die Lappen geht. Vor allen Dingen auch, weil er ehemaliger Schalker ist. Aber gut, am Ende hat er sich für Hertha BSC entschieden. Muss man jetzt auch nicht weiter darüber reden. Aber auch die Geschichte wollte ich nochmal ein bisschen erzählen. Dass sie auf jeden Fall schon mal Interesse vorhanden war. Und daran sehen wir natürlich mal wieder. Offensiv möchte man sich verändern. Es sollen Neuzugänge her. Und da ist jetzt die große Frage. Platz der Transfer von Tim Skarke? Denn der ist ja der Wunschspieler Nummer 1 für die Flügelposition. Aber man kommt nicht so richtig voran. Und das liegt weiterhin an den Verhandlungen mit Union Berlin. Denn laut Bildinformation hat Skarke bei Union einen Vertrag bis 2024. Und deswegen ist eine Leihe über anderthalb Jahre nicht möglich. Sprich, Schalke könnte Skarke nur für ein halbes Jahr ausleihen. Und hier möchte man dann auf jeden Fall eine Kaufoption haben, um ihn eben auch nach der Saison fest verpflichten zu können. Damit man nicht im Sommer wieder einen riesen Umbruch hat. Und diesen Wunsch und auch das Angebot wurde Union Berlin ganz klar mitgeteilt. Aber weiterhin wartet man auf Schalke auf eine Rückmeldung. Und deswegen hat man sich mittlerweile auch festgelegt und sich eine Deadline gesetzt. Bis zum Wochenende braucht Schalke hier eine Entscheidung. Sonst wird man nicht dem Skarke verpflichten, sondern Plan B aus der Tasche ziehen. Und ich finde, das wird auch mal Zeit. Denn die Position des Flügelspielers ist im System von Thomas Reis unglaublich wichtig. Marius Bülter ist auf der linken Seite gesetzt. Aber auf rechts die Position, die ist komplett vakant. Und deswegen ist es natürlich schon bitter, dass man diese Position immer noch nicht besetzen konnte. Weil die ja auch nochmal wichtiger ist, als zum Beispiel Niklas Tauer, der flexibel in der Abwehr einsetzbar ist. Und damit auch gut uns helfen kann. Aber natürlich ist ein neuer Flügelspieler deutlich wichtiger, weil wir hier einen Stammspieler suchen. Und dass es dort immer noch hakt, dass wir jetzt Anfang Januar nach ein paar Tagen im Trainingslager immer noch nichts haben. Das ist schon bitter. Und das ist vor allen Dingen auch problematisch für Thomas Reis. Und die Watz geht sogar nochmal einen Schritt weiter und sagt, Stand jetzt wird während des Trainingslagers kein weiterer Neuzugang kommen. Die Bild-Zeitung wiederum berichtet, dass spätestens zum zweiten Trainingslager-Testspiel am Dienstag gegen Nürnberg Reis seinen neuen Flügelflitzer haben soll. Also ein bisschen unterschiedliche Meinungen in den Medien. Ich denke mal, am Ende wird so ein Zwischending sein. Sollte das Ding mit Skarke über die Bühne gehen bis zum Wochenende, dann wird er sicherlich auch noch nach Belek reisen. Sollte die ganze Geschichte mit Skarke platzen, ist es sicherlich aber auch gut möglich. Und das natürlich nicht gut, sondern schlecht, dass man einen neuen Flügelspieler erst nach dem Trainingslager hat. Und dann eben vielleicht zum letzten Test gegen Werder Bremen eine Woche vorm Rückrunden startet. Alles nicht optimal. Also so richtig auf dem Transfermarkt läuft es bislang für uns ja nicht so richtig rund. Und somit sind das die aktuellen S04-News. Schreibt eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker. Tschüss, ciao und Glück auf.